Feuerwehr TV wird Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen. Spannende Unterhaltung mit Feuerwehr TV wünscht Ihnen die Sparda-Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda-Bank. Dabro Pasalowicz heißt Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Feuerwehr TV. Wir sind hier in Frankfurt am Main bei der deutsch-russischen Begegnung und neben mir steht Landesjugendfeuerwehrwart Stefan Kornell. Hallo Herr Kornell. Hallo, Dabro Otra. Das heißt, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei unserer Jugendbegegnung. Ich sehe, Sie sind schon voll im Thema drin. Ja, zum wievielten Mal findet diese Jugendbegegnung denn statt? In diesem Jahr findet unsere 18. deutsch-russische Jugendbegegnung statt. Ein Jugendaustausch der hessischen Jugendfeuerwehr mit der Feuerwehr des Sarathoffer Gebietes. Wo genau kommen die her? Aus der Stadt Sarathoff, die eben in dem Sarathoffer Gebiet liegt. Und beides liegt direkt an der Volga, am Rande der ehemaligen Republik der Russlanddeutschen. Warum wurde das damals ins Leben gerufen, dieser Austausch, diese Begegnung? Der Beginn war eine Projektarbeit der hessischen Jugendfeuer, eben in der Republik der Volga-Deutschen. Ein Projekthilfe zur Selbsthilfe der dort lebenden deutschstämmigen Russen. Nachdem aber dort keine deutschstämmigen Russen mehr waren, hat man sich zurückbesorgnet auf die Jugendarbeit der hessischen Jugendfeuerwehr. Und so sind eben vor 18 Jahren die ersten Kontakte und Austausche tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen entstanden. Es geht aber nicht nur um die Arbeit der Feuerwehr hier, sondern die Jugendlichen sollen auch so ein bisschen in die Geschichte der beiden Länder eintauchen. Genau, also die roten Autos sind für uns so ein bisschen die Verpackung, um das Ganze ein bisschen amüsant zu machen. Aber natürlich geht es um die gemeinsame deutsch-russische Geschichte, anbefangen von Katharina der Großen. Also die ersten Deutschen, die nach Russland gegangen sind. Das hatte natürlich seine Gründe. Das gucken wir uns ein bisschen an. Aber auch aktuelle Situationen, russischstämmige Leute, die hier in Deutschland leben, aber auch Deutsche, die in Russland leben. Das heißt, die Jugendlichen bleiben nicht nur hier in Frankfurt, sondern die reisen auch ein bisschen in Hessen rum. Was guckt man sich alles an? So ist es. Wir sind querbeet in Hessen unterwegs. Wir haben Kontakte zu Jugendorganisationen, die hier Arbeit mit russischen Jugendlichen machen. Wir haben zum Beispiel in Wiesbaden die orthodoxe Kirche besucht. Dort haben wir schon einen sehr guten Kontakt zur Kirchengemeinde, die sich immer sehr freuen, wenn Leute aus Sarathoff hier in Hessen zu Gast sind. Wir wünschen euch viel Spaß beim weiteren Programm. Vielen Dank, Herr Kornell. Herzlichen Dank. Ich gebe den Dank weiter. Und dann unterhalten wir uns jetzt mal mit einem Teilnehmer. So, jetzt sitze ich hier mit der Naistja im Bus. Hallo Naistja. Ihr seid ja auch mit dem Bus zu uns gekommen nach Frankfurt. Wie lange hat eure Reise denn gedauert? Nee, wir sind die ganze Zeit mit dem Zug gefahren. Und zwar erst mal von Sarathoff nach Moskau. Das hat schon 18 Stunden gedauert. Und dann von Moskau nach Frankfurt. Und Meistja, ihr seid jetzt auch schon ein paar Tage hier, habt euch schon einiges angeguckt, hat uns der Herr Kornell vorhin erzählt. Wie gefällt es dir denn bis jetzt so, hier in Frankfurt und in Hessen? Ja, wir sind schon ein paar Tage hier. Und das ist unglaublich, wie es mir gefällt. Besonders der Frankfurt. Es ist eine wunderschöne Stadt. Und was mich auch sehr schön beeindruckt, das sind die ganzen Feuerwehr, die ich hier sehe. Und du konntest dich jetzt hier in Frankfurt auch umgucken, was die Feuerwehrarbeit in Deutschland angeht. Was würdest du sagen, sind denn die großen Unterschiede zwischen Russland und Deutschland, was so die Feuerwehr angeht? Ja, die Unterschiede finde ich ganz groß. Und zwar deswegen, weil es hier so viele Feuerwehrautos gibt. Es gibt bei uns nicht so viele und die sind alle so modern. Und was mir noch einfällt, dass so viele junge Leute und Kinder auch teilnehmen. Ja, dann danke ich dir. Spasiba heißt das auf Russisch und wünsche noch eine schöne Zeit bei uns in Hessen. Nun unterhalten wir uns jetzt nochmal mit dem Leiter, der die Gruppe anführt, mit dem Delegationsführer. Jetzt stehen wir hier mit Oberst Alexander Kuratschik. Wir sehen es, hoch dekoriert der Mann. Herr Kuratschik, Sie haben jetzt gesehen, wie die Jugendarbeit der Feuerwehr hier in Frankfurt, in Hessen funktioniert. Vielleicht können Sie mal so einen kleinen Vergleich für unsere Zuschauer ziehen. Wie läuft die Jugendarbeit dazu in Russland ab? Die deutsche Organisation der Jugendfeuerwehr ist eine sehr interessante Erfahrung für uns. Wir machen schon seit 18 Jahren Begegnungen. Und noch immer kann man sagen, dass die Jugendorganisation in Deutschland besser mit Autos und mit Finanzierung versorgt ist als bei uns. Herr Kuratschik, wir haben es gesehen, Sie haben sehr viele Jugendliche mitgebracht nach Frankfurt. Wie wurden die ausgewählt? Haben die sich angemeldet oder wurden die von Ihnen ausgewählt? Wie lief da das Auswahlverfahren? Also, alle Jugendlichen, die nach Deutschland gekommen sind, die haben schon was zu tun mit Feuerwehr. Und die Teilnehmer von unserer Gruppe, die haben zum Beispiel am ersten Platz gewonnen in Wettbewerben zwischen Feuerwehren und Schulen. Sie haben jetzt diese riesige Anlage hier in Frankfurt am Main gesehen, haben gesehen, wie die deutsche Feuerwehr arbeitet. Gibt es da irgendwas, was Sie vielleicht mit nach Russland mitnehmen können, dass Sie sagen, okay, daran könnten wir uns orientieren, auch an unserer Arbeit? Was mich bewundert hat und was ich gerne mitgenommen hätte, aber ist es leider nicht so einfach. Zuerst, dass die Regierung des Landes Hessen eine große Hilfe und Finanzierung leistet für die freiwillige Arbeit zum Beispiel, vor allem für Technik. Von Technik natürlich bin ich hier begeistert. Also, so hätte ich gerne bei uns in Saratovac auch gewünscht. Sie sind in der Situation der Feuerwehr, die erinnert. Herr Kuratschik, abschließende Frage an Sie ganz persönlich. Welcher Programmpunkt der vergangenen Tage hat Ihnen am besten gefallen? Alles, was ich gesehen habe, das Programm, alles, was Organisation angeht, das hat mir super, sehr gut gefallen. Und wir werden sowas nie vergessen. Vielen Dank. Okay, dann sage ich Spaziba auch an Sie. Vielen Dank. Und dann geben wir jetzt ab in eine klitzekleine Unterbrechung und sehen uns gleich im zweiten Teil von Feuerwehr TV wieder. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit Feuerwehr TV. Präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda Bank Hessen. Jetzt geht's weiter mit Feuerwehr TV. Präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Willkommen zurück beim zweiten Teil von Feuerwehr TV. Jetzt wie immer mit dem Sicherheitstipp der Unfallkasse Hessen. Ich begrüße dazu Frau Katrin Weiß von der UKH bei mir. Hallo Frau Weiß. Hallo. Wir stehen hier vor einem typischen Einsatzwagen der Feuerwehr, der auch zum Teil im Ausland im Einsatz ist. Wie sieht das aus, wenn die hessischen Feuerwehrangehörigen im Ausland sich befinden? Gilt da auch der Versicherungsschutz der UKH? Ja, soweit die Auslandsfahrt vom Vorgesetzten der Freiwilligen Feuerwehr auch als Dienstfahrt genehmigt worden ist, besteht für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren auch im Ausland Versicherungsschutz über die Unfallkasse Hessen. Die Frage ist noch, wie weit geht dieser Versicherungsschutz? Das heißt, bin ich rund um die Uhr von der Unfallkasse Hessen abgesichert? Ja, das wäre schön. Versichert sind alle Tätigkeiten, die im Rahmenprogramm auch als dienstliche Veranstaltung aufgeführt sind. Das heißt, wenn sich einzelne Personen privat abseilen, um privat was zu unternehmen, dann ist das vom Versicherungsschutz nicht erfasst. Okay, Sie haben uns noch ein paar Tipps mitgebracht, extra für die Zuschauer vom Fernseher und vom Internet. Was muss man beachten, wenn man ins Ausland fährt? Ja, wichtig ist, dass alle gesetzlich versicherten Personen eine europäische Krankenversicherungskarte dabei haben. Die nennt sich EHIC und kann bei der jeweiligen Krankenkasse angefordert werden. Auf neuen Versicherungskärtchen ist sie auch auf der Rückseite schon aufgedruckt. Und für Privatversicherte stellen wir gerne eine Ersatzbescheinigung aus. Zudem sollten alle einen gültigen Impfpass dabei haben. Bei Jugendfreizeiten empfehlen wir dem Verantwortlichen, vorher die Impfpässe einzusammeln und dann auch die Kinder nach möglichen Allergien zu befragen, damit er auch darüber informiert ist. Wir hoffen, es kommt nicht dazu. Aber gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus. Es passiert ein Unfall im Ausland. Was ist dann zu tun? Wie muss man dann reagieren? Wie muss man sich bei der UKH melden? Ja, zunächst reagiert man im Ausland genauso wie im Inland. Die Verantwortlichen vor Ort sorgen für eine erste Hilfe und auch für die ärztliche Versorgung, wenn das erforderlich ist. Auch wenn im Ausland ein Transport ins Krankenhaus erforderlich ist, übernehmen wir natürlich die Kosten. Über die EHIC-Karte können die Ärzte auch im Ausland direkt mit der Unfallkasse Hessen abrechnen. Deshalb bitte die Unfallkasse Hessen auch als Rechnungsempfänger angeben. Die Adresse finden Sie auf unserer UKH-Versichertenkarte. Und für Unfälle außerhalb der EU, da können wir leider nicht über das EHIC-Verfahren abrechnen. Das bedeutet, da müssen die Betroffenen in Vorleistung gehen und dann die Rechnung bei uns einreichen, damit wir die Kosten nach unseren Sätzen erstatten können. Bei ganz schweren Unfällen, wie sieht das aus? Kann man sich da von der UKH nach Deutschland zurückbringen lassen? Ja, wenn der Transport nach Hause aus medizinischer Sicht möglich ist, dann übernehmen wir natürlich die Kosten für den Heimtransport. Wir haben Abkommen mit Transportunternehmen, sodass wir das rundum organisieren können. Und wie Sie es vorhin gesagt haben, bei Fragen bitte immer bei uns melden. Wir helfen gerne weiter. Okay, also egal ob in Hessen, in Deutschland, im Ausland, die UKH ist stets an der Seite. Vielen Dank Frau Weiß. Bitte schön. Und dann verabschiede ich mich hiermit von unserem Ausflug nach Frankfurt am Main, von der Tagung der russisch-deutschen Delegation und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Ausgabe von Feuerwehr TV wiedersehen. Tschüss, bis dann. Feuerwehr TV wurde Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda-Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda-Bank. Feuerwehr TV wurde Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda-Bank Hessen. Feuerwehr TV wurde Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen.